Musik Die Geschwister Hofmann Am Samstagabend hatte der Turnsportverein 1912 Blau-Weiß-Breitenbach anlässlich seines 100-jährigen Bestehens zu einem großen Musikabend in das Festzelt dem Sportplatz eingeladen. Musik Liebe Anita, liebe Alexandra, es war, ich sag das eben, ein Auftritt der Spitzenklasse. Musik Stargäste waren die Geschwister Hofmann, die Wildecker Herzbuben und die Kultband, die Kurokas. Musik Rund 800 Besucher erlebten einen musikalischen Abend der Spitzenklasse. Musik 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 Musik